Hallo und herzlich willkommen Leute, hier ist Grubbz und ich bin hier mit... Kille... Wir spielen zusammen eine G-Mod Horror-Map, die soll gruselig sein. Und wir stehen auf gruselige Sachen. Wir schreien immer auch privat zusammen rum, deswegen stehen wir auf sowas. Das machen wir immer. Wir schreien immer rum. Ich bin mal so nett und lass dich jetzt vor. Ach danke, okay. Ladies first, los viel Spaß. Nee, nicht nervös sein. Kann ich irgendwas sehen? Nee, das ist nur Blut. Wohnt da jemand drin oder...? Guck mal dahinten, da ist sogar ein Fernseher. Es sind zwei Fernseher und eine Stange, sehr sexy. Ich fass das nicht, ich fass das nicht. Jetzt musst du vor. Okay, ich glaub bis zum Bluten oder bist du wieder? Achso, okay. Okay, jetzt bin ich wieder. Was ist denn hier drin? Er ist verstummt, der Kerl ist verstummt. Ist ziemlich dick. Ich bin fett, was? Ja, du bist ein fetter Priester. Du bist ein Brillenpriester, du hast eine Brille auf. Das stimmt nicht. Okay, los, 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 los. Ich geh bis hier vorne. Oh, da hab ich gar nicht mit gerechnet. Oh mein Gott, das war das eklige Bild, das auch schon im Ding war, ne? In dieser Vorschau. Oh, guck mal hier. Neue Autos, sehr sexy. Wollen wir uns vielleicht eins mieten? Weiß nicht, wollen wir uns was spezielles mieten? Hinten, auf der Rückbank, guck mal hier. Ja, bitte. Okay, du bist zu nah. Vorsicht, guck mal, da oben ist es noch. Du kommst hinter mir, das ist gruselig. Ja, Vorsicht. Wir können ja gar nicht springen, spring mal kurz. Ich als Priester kenne mich aus mit Löchern. Ja, oh Gott. Löcher, die du eigentlich nicht rein sollst, gehst du immer rein. Ja, natürlich, da krabbel ich rein. Und ich hab keine Mobile lang müssen, schätze mal hier lang. Ich, oh, oh. Kein Jumpscare. Oh, wir haben Licht, wir haben Licht. Warte kurz, ich muss kurz in Steam offline gehen, das ist eigentlich ein guter Plan gewesen von dir, den ich vorhin dann nicht, ja, offline. Okay, so, okay, es kann weitergehen. Guck mal, Holz vom Bau, so stehst du doch. Ach, guck mal, ja, das ist, ach, das ist aber, oh. We should find the way how to break these doors. We should find the way how to break these doors. We should find the way how to break these doors. Wod gewitscht. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Buggy ist, aber ich kann da nicht rein. Ich auch nicht. Eigentlich müsste es mit E aufgehen, da steht Not Owned da unten, aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Nein, das liegt gar nicht daran, dass du so gut im Server machen bist. Wir brauchen bestimmt eine Brechstange oder so auf dem guten Server. Eine Brechstange in Half-Life, wie kommst du denn da rauf? Ich weiß auch nicht, ich hab das noch nie gesehen. Was ist Half-Life? Keine Ahnung. Oh, der Himmel ist süß. Mit sehr vielen Sachen drin und so. Oh, ja, guck dir mal die Details an. Guck mal, das da oben rechts gefällt mir am besten da. Oh, dieses riesige Raumschiff in der Mitte. Oh, schöne Wolken auch. Okay, willst du vorlaufen oder soll ich diesmal? Du gehst vor, wenn jetzt so ein Jump-Ding kommt, dann scarest du dich. Bist du dir sicher? Okay. Okay, okay. Oh Gott, okay. Das sah cool aus von hier, wie es in dich reingewabert ist. Mit drin, genau wie du. Ich träumspiel nicht mehr. Ich auch nicht, guck mal hier drin. Aber dass die ganzen Türen nicht aufgehen, ich hämmer hier. Okay, ich hoffe. Wo bist du? Ich bin hier. Greiben, hab ich irgendwas schlagen gehört. Ach da, auf dem Boden. Ah! Müssen wir aufheben? Ah, warte. Ich hab's, ich hab's. Oh, geil, geil. Nimm die harte Stange und trag sie mit dir. Soll ich sie dir irgendwo oder? Ah ne, später, später nach der Aufnahme. Müssen wir jetzt dahin, wo er vorhin gelabert hat? Ich schätze schon. Noch ein Jump-Scare, komm. Lass sie nicht fallen, die harte Stange. Okay, ich hab sie ganz fest in der Hand. Okay. Bewegst du deine Hände auch hoch und runter? Ja, ungefähr so. Oh, geil, da steh ich drauf. Wo sind wir? Hier, ne? Das ist das Loch rein. Es kommt bestimmt irgendwas. Nein, da kommt nix. Hier war das. Hier, neben dir. Ach so. Neben dem Blut. Ja! Okay. Okay. Soll ich vor? Wir gehen zusammen. Geht nicht auf die Tür. Ach so, hier lang. Hand in Hand. Oh, hier ist es aber gar nicht mehr gruselig. Oh, da. Was war das? Das war jemand, der uns helfen wollte, glaube ich. Ach, der wollte uns... Geh mir nach ihm, der will uns bestimmt nur helfen. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Er hat Magie. Mensch. In seine Hosentasche. Licht? Licht ist gut. Ist das hier eine Tür? Ah, okay. Okay, okay. Ah, die Taschenlampe ist echt krass hell. Ja, die ist gut. Okay. Hier kommt bestimmt kein Jumpscare. Bestimmt nicht. In dieser auffällig platzierten Straße. Da war was. Da war schon wieder ein... Aber ich glaube, er lebt hier drin, der Geist. Ach, der lebt hier drin? In dem Haus hier? Yo, what the fuck? Ich bin der only one, der hier ist der Whisky. Anyway. Also die Synchronisation ist wirklich... Ich hab noch nie sowas schönes gehört. 1A Bomber. Call of Duty technisch. Super. Auf jeden Fall. Das ist wie bei GTA... Da kann GTA 5 abstinken. Nee, da kommt bestimmt kein Jumpscare. Okay, ich guck, ich guck, ich guck. Okay. Oh Gott. Es ist dunkel hier drin. Oh shit. Von hier draußen ist total hell aus. Und dann nicht so hell. Oh nein, drinnen. Okay, aber... Okay. Okay, wie machen wir das? Voll lächerlich. Hier ist Obnix... Warum nicht? Ist doch scheißegal. Das ist ein Dödel, wirklich. Das ist ein scheiß Geisterstand. Hey, warum sind die Stühle neben der Band? Das geht doch nicht. Ich frag mich, warum hier Blut ist. Das würd ich mich hier einmal fragen. Man kommt hier in den Raum rein. Alter. Die Stühle. Was machen die Stühle da? Scheiße. Ich glaub, wir sterben gleich. Ich glaub, hier ist gar nix drin. Warum sollten wir hier reingehen? Keine Ahnung, was da los, was da wieder passiert ist. Ich versteh's nicht. Da ist mir ein Loch drin. Soll ich hoch, wo soll ich dich ins Loch reindrücken? Dann push mich hoch. Ich kann nicht springen. Bestimmt kein Jumpscare. Hier ist bestimmt nichts. Kann man nicht rennen? Man kann nicht rennen. Oh, da ist wieder der Geist. Ja, er hilft uns. Er hilft uns bestimmt. Der will uns gute Gefühle verschaffen. Der Geist liebt uns. Der Geist liebt uns. Haben wir ihn nicht eben schonmal? Ne, sah alles gleich aus. Okay, willst du vorgehen? Komm, wir gehen Hand in Hand. Achso, wir gehen Hand in Hand. Warte, warte. Ich bin nervös. Okay, okay, los. Drei, zwei, eins, go. Ja, ja, das sieht gut aus. Warte mal. Warum gehen wir hier hin? Hier gibt's gar keinen anderen... Ich traue dem Scheiß irgendwie nicht. Das ist echt eklig irgendwie. Also ich dachte, es kommt jetzt irgendwas. Auf den Weg zurück bestimmt nicht. War da irgendwas? Ne. Hä? YOLO! Bitte nicht! Aber wie, aber wo kommen wir? Ich weiß nicht. Vielleicht hier. Aber der Geist war doch hier. Das heißt, wir müssen hier irgendwo lang gehen. Okay, warte, hier ist bestimmt irgendwo ein Knopf oder sowas. Bestimmt. Drück mal auf alle Lichter oder so. Nee. Okay, okay. Das ist... Wir schaffen das. Da oben die Rohre? Nee. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt gerade. Kann ich hier irgendwie durch? Nee. Ich bin auch verwirrt. Also das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Hm. Ah, hier ist ein Zettel! Hier ist ein Zettel! Ja! Wir haben einen Zettel gefunden. Willst du ihn vorlesen? Macht da irgendwas der Zettel? Jetzt glaub ich kann sie vorlesen. WTF? Das wird mir sau verpixelt. Aber, ja, aber ich kann... Okay, Page 1. Wir wurden verpflichtet, unsere Homes. Combine released a lot of Headcrabs into the subway or because... Was? Aria. Because of an emergency, they said. We are being moved somewhere else, I think. But why didn't they move us already? I think they're having problems. Click to leave this page. Okay. Jetzt trau ich den Scheiß nicht mehr. Ja. Ich glaub jetzt... Jetzt haben wir irgendwas getriggert hinten. Jetzt, bestimmt. Jetzt kommen vielleicht die Headcrabs angesprungen. Ja, geil! Headcrabs! Ja! Da steh ich drauf. Das ist schon kein Dropscare. Ich will sie ja in meinem Kopf haben. Woanders. Ja. Auf jeden... Also erstmal woanders, danach am Kopf. Ich will sie ja genießen. Den ganzen Körper. Okay. Ich glaub jetzt können wir auch durchlaufen. Ja. Oh, diese Loading Zone? Haben wir die Loading Zone hier schon? Ja, da hab ich schon gecheckt. Da war nix drin. Okay. Okay, hier ist bestimmt ihr... Vielleicht haben wir das Spiel versaut, weil wir zu früh hier hin sind. Das kann natürlich auch. Das wär echt ne blittere... Vielleicht müssen wir noch... Noch mehr für diesen... Vielleicht haben wir das so versaut. Diesen Blättern. Ich glaub da gibt's mehr. Hm. Hm. Kommt schon Blätter, wo seid ihr hin? Weißt du das? Hä? Oh. Oh. Höre Geräusche. Ja. Ich mag Geräusche. Das hört sich gut an. Hm. Also schlecht, aber gut für... Schlecht. Gut, gut, schlecht. Alles. Gut für die Zuschauer. Schlecht für uns. Oh. Ach guck mal. Hab ich von dir die Einblendung. Oh. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hast du nicht in die Hose geschissen? Oh. Ich weiß, wo lang es geht. Hey. Vielleicht wissen wir, wo lang es geht. Genau. Wir haben diese Stange gefunden hinter einem Auto. Und wenn ich jetzt hier dran gehe. Oh. Tatsächlich. Okay. Okay. Oh Gott. Scheiße, Mann. Das ist doch verdient. Fuck, ja. Das ist... Ah. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Vollträchtung. Ja, das ist ja... Ich glaube, du glaubst recht. Richtig. Ich glaube, das Auto ist irgendwie die beliebteste Militärmarke im ganzen Land. Das ist DAS Auto schlechthin. Das gibt's überall. Es... Es ist DAS Auto. Hast du auch ein Auto? Ja, DAS Auto. Wir brauchen diesen Sprecher. Irgendwann wird nicht aufs Gap kommen. Ich sag's dir. Hier. Oh. Wirst du das? Wer hat denn da Durchfall? Was ist da los? Wirst du auch dieses Flüstern? Ja. Oh, sexy. Steh ich drauf. Oh. Warum red ich denn so langsam? Und vor allem so leise. Ich muss noch lauter machen. Hier, mein Headset. So. Oh Gott, jetzt ist es echt eklig laut. Aber egal. Es spielt, ey. Es ist sehr gruselig. Mir wie fr. Okay. Er hat so angstring gejuckt. Er hat ein Ufo auf dem Kopf, Shit. Eine Orangenpresse. Oh, da hinten ist Licht. Ich muss doch... Das ist bestimmt nicht so gedacht. Ich brech das Spiel jetzt kaputt. Okay, warte. Ich muss doch ein bisschen leiser machen. Ich hab's zu laut. Ich hab's gerade auf anderen Sprecher. Du kannst keine Angst haben, was? Ne, vor allem. Ich hab dich voll laut. Und wenn du dich erschreckst, fallen mir die Ohren auf. So, okay, okay. Wenn wir vorgehen, dann hab ich noch mehr Angst. Ich glaub wir müssen, oder? Können wir da hinten durch? Ja, können wir. Ja, hier können wir durch. Hier kommt bestimmt irgendwas. Ich glaub du musst hier vor, durch dieses... Okay. Hier lang laufen. Vor dir, meinst du. Okay, mach ich. Okay. Oh Gott. Und das... Was? Das war aber ein langer Schrei. Das beschissene Bild hatte ich in einem Spiel, was ich heute schon mal hochgeladen hab. Genau das gleiche Bild mit genau dem gleichen Schrei. Ach, war das dieses... Oh, das ist ein Geist. War das dieses kurze Spiel? Ich hab das glaube ich vorhin gesehen. Das ist was, zwei Minuten gegen das Video oder so? Ne, ne das andere, das ist acht Minuten oder so. Du guckst ja gar nicht meine Videos. Ich hab vorhin was geguckt und hab auch kommentiert. Warte mal, warte mal. Hier können wir drunter gucken. Oh oh. Oh oh, Pornos. Nackte Weiber. Geil, aufsteh dich drauf. Willst du vorgehen? Was du brauch? Ich geh vor. Okay, viel Spaß. Okay. Okay, alles. Okay, okay, okay. Oh Gott, Scheiß. Guck mal hier. Surprise Budsex. Shit. Okay. Bin nicht hinter dir, keine Ahnung. Wie das aussieht. Hey du. Hey Kleiner. Hey Ruster. Ich bin Priester. Ich hab bestimmt keinen Scare. Nee, bestimmt nicht. Rechne ich voll nicht mit. Jetzt gleich. Doch nicht. Passt aber bestimmt voll zur Thematik. Einfach riesige Gesichter. Über... Es ist genau die gleiche Tageszeit vom ganzen Spiel her. Ich weiß nicht was du willst. Es wird schon die ganze Zeit dunkel. Ich glaub hier hinten ist nix. Vielleicht ein JavaScript. Ich such mal. Ich such mal. Ich helf dir suchen. Vielleicht ein schönes Bild. Vielleicht nochmal so eine Zitronenpresse. Oh ja. Wir können einen Screenshot von machen als Thumbnail benutzen. Sparen wir Zeit. Oh guck mal, guck mal. Gar nichts. Geil. Gar nichts. Oh. Schwer der Typ. Nehme ich schon 30 mal gesehen. Geil. Solche Spiele können dich ja wirklich lieben hier ohne irgendwelches. Ohne Inhalt. Von hier kommen wir oder? Ja da kommen wir her. Davon ist hier das Auto. Guck mal. Oh das Auto. Oh das Auto. Oh hier ist ein Zettel. Okay. There is something going up. Mein uncle didn't shop in the store. I just hope he didn't enter the subway. Nur schlechte Sachen passieren am subway. We can no longer be out at night. Combines are watching the street all the time. I don't know what's going to happen. Ich seh keinen einzigen Coma in irgendwo. Lächerlich. Du nix. Jumpscare. Okay. Aber was ist hier? Oh guck mal siehst du die Bänke wie komisch die hier stehen. Moment mal. Fuck man da kann nicht stimmen. Wir müssen geister sein. Okay. 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 Die nächste Tür gehört mir. Achtung. Ja viel Spaß. Okay. Die Tür man. Die Tür. Diese Tür. Diese Tür die liegt komisch auf dem Boden. Krass. Warum ist das Ding irgendwo angeschlossen? Egal. Das Auto lädt auf. The Code ist. Oh Dankeschön. Übermals mit Paint. Wichtig. Sehr wichtig. Okay. Oh nein jetzt muss ich dir die letzte Tür. C. C plus. C irgendwas. C und irgendwas anderes. Okay. C. C. Okay. So hier ist total. Oh guck mal hier. A cat jumped over a wall and fell into a hole and met his mother. Oh. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Okay. A A C J O A W A F I A H A M A S M. Bestimmt. Ich glaube du hast den Code. Aber wir müssen buchen und wir müssen zahlen eigentlich. Das ist richtig. Oh Spiel ist falsch. Okay. Warte. Da ist noch eine Tür gewesen. Guck mal nach. Vielleicht ist da bestimmt kein Jump Skill. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja F. Eine Katze. F ist die Katze. F ist die Katze. Also da ist ein F und. Okay. Was standen bei C? Ein Loch. Ein Loch glaube ich. Äh ja. Fell into a hole ist das wohl. Okay. F C. Okay. Cool. A cat jumped over. Äh. Shit. Was bringt uns das? Also. Ach die. Ah ich glaube ich weiß. Ähm. Cat war was? F? Ja. Ne das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Das F fällt. Springt über eine. Ja. Okay. Ich weiß was. Ich mach einfach mal 5. Oh Gott. Scheiße. Nein. Oh das war gut. Okay. Okay. Ich glaub die nächste Zahl ist für dich. Okay. 5. Nein. 6. 9. 8. Warte. Ne. Ich glaub das hat geklappt. Vielleicht. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. Wow. Okay. Ich hab ne Idee. Warte mal. Cat war F ne? Ich geh nochmal gucken. F ist. A B C D E F. 6 ne? Warte. A B C D E F. 6 und C ist 3. Also 6 3. Das letzte. 6 3 0 vielleicht? Ja. Warte. Drück mal auf Reset. Warte mal. Warte mal. Ich muss mal die Taschenlampe. Oh krass. Genau. Jetzt also 6. 3. Also draußen sieht man dass da ne 0 am Schluss ist. Da wo er das überpainted hat. Guck's dem an. Oh oh oh. Da hat er nicht gute Arbeit geleistet. Ach. Schlecht gemacht. Oder ne 9. Oder ne 8. Ich seh da gar nix man. Also nur rechts. Naja. Voll. Das sagt nicht viel. Warte. Ah guck mal hier. B. Ah. Wo? Hier. Oh Gott. Hier sind voll die Sachen. Was ist das? Ist das ne. Wurts sein. Das letzte vielleicht. Keine Ahnung. Warte mal. Fence. Was ist das man? Ah das ist Mole. Das ist Mole. B. Ok. 6 3 2. Ok ok. Ok. Ich bin Puzzle Genius. Ok du schaffst das. Ah. Klapp an mich. 6 3 2. 6 3 2. Ja. Ja hat geklappt. Aber. Spiels Buggy. Ok warte wir reset nochmal. Also. Ok. Ich glaub ich bin mir einfach am Papier. Papierstift. Ich glaub wir brauchen Wall noch. Wall haben wir nicht. Wir haben ja Katze. Ja. Hast du das gehört? Ich glaube ich egal. 6. 6. X 3 2. Ok ok warte. Wir schaffen das. Ich bin nochmal. Ach hier. Ich hab was gefunden. Hier im ersten Ding ist ein Karton und E. Also ne Wall. Wall. Über die Wall springen ist E. Also 6. 6 3 5 2. Ne 6 5 3 2. Mach mal. Ja. 6 5 3 2. Hm. Da stehen wir drauf. Ah ja. Reset. 6. 5. 3. 2. Yes. Ich komme. Ich geh schon mal vor. Dann erschreck ich mich. Ok du darfst vorgehen. Ok ok. Achtung. Ich gönne dir den Scare. Ok. Let's go through this apartment and maybe we find a way up. Ja das ist ne genius Idee. Du kannst doch nicht über die ganzen Zäune drüber klettern die überall sind. Vor allem wie gelangweilt er immer klingt. Ok. Ich glaube ich sterbe aber naja. Ja. Fuck it YOLO. Swag. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ok ok ok. Ok ok ok. Ich spring um die Ecke. Ok. Ba ba ba. Strive Shot. Ok. Hier ist ein Jumpscare 100 pro. Ok du willst ihn erfahren. Ha. Oh. Oh. Oh fuck. Ok damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nichts gesehen aber. Look for a different entrance. Ok. Tja aber ich will ja drücken. Hast du das denn nicht gesehen? Ne ich habe es nur gehört. Ich habe gerade nach links geguckt. Und dann habe ich da so. Ahhhh. War sehr süß. So aus wie du. Oh Gott das habe ich gesehen. Ich habe gerade ein Licht ausgemacht. Ich bin mich so erschrocken. Oh krass ohne Licht ist es ey. Oh fuck man. Wollen wir ohne Licht spielen? Hardcore Mode. Ok. Ich sehe dich nicht mal. Mein Licht ist aus Versehen angegangen. Mist ey. Ok aber das ist cool. Warte. Links rechts. Ok hier ist nichts. Ich treu. Ok. Ganz am Ende der Wand ist nur noch ein Jumpscare versteckt. Oh hier ist eine Eisenstange. Diesmal hebst du die aber auf mit E. Hier du bist jetzt mal der Träger. Oh ja. Verprügelt die Tür hier oder? Ich glaube es geht nicht mit der. Ich glaube es geht mit den Steiningern. Aber wir können es mal ausprobieren. Vielleicht geht es hier. Ne. Schade. Hast du einfach nur dagegen gehalten? Ja ja. Ich bin einfach nur dagegen gelaufen. Dann interagiert das. So mach mal Türen auf. Ja da. Vielleicht müssen wir auch an dieses Eisen. Ich bin stark genug. Ich glaube du musst ein bisschen streichern damit es härter wird. Ok warte. Ok. Richtig hart. Ok. Ein hartes Overload. Ok jetzt geht es ab. Ich kann den. Hier die Tür vielleicht. Das ist die richtige. Ne. Wir werden verwirrt. Wir versuchen einfach jede Tür weil wir echt harte Hunde sind. Vielleicht das hier? Bestimmt. Es geht auf. Achtung. Ne. Irgendwie nicht. Ich habe die Angst dass ich den verliere und er hinter der Tür ist. Und dann haben wir verloren. Das wäre. Guck mal das muss bestimmt irgendeine Tür. Hier. Ja. Ja. Okay. Wir brauchen eine neue. Oh guck mal hier. Hier jetzt. Nimm du es. Das ist für den Aufzug. Sicher ein bisschen damit nicht hier das. Ok. Aufzug. Ok. Schließ den Aufzug auf. Wenn das ein Schlüssel ist überhaupt. Oder ist das eher ein kleiner Dildo. Ich glaube es kann ein kleiner Dildo sein. Aber ich probiere es mal hier. Komm bestimmt kein Jumpscare. Komm mal her. Ok ok. Bist du? Ok. Jetzt darfst du vorgehen viel Spaß. Ich muss kurz atmen damit ich schreien kann. Ok ok ok. Ok ok ok. Alles ist cool. Oh da. Komm der Geist. Ich habe mich gar nicht erschreckt. Oh hey. Oh der will Analsex mit dir haben. Oh. Da bin ich aber schon ein bisschen schreckhaft bei sowas. Das ist ein bisschen zu hart. Das ist ein bisschen. Erstmal kennenlernen. Oh guck mal ich habe was gefunden. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Das machen wir denn damit. Hier. Viel Spaß. Okay. Warehouse. Ich glaube links. Ok. Ich glaube die Tür die offen ist. Vielleicht. Ok. Oh hier ist nichts. Weißt du. Ich habe einfach dieses Teil genommen und dann an die Tür geschlagen. Vielleicht kann ich es einfach aufmachen. Versuch mal auf. Ach guck mal. Wow. Schlag einfach gegen. Kein Jumpscare. Oh ich habe es weggeschmissen. Cool bleiben. Ok 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 ok. Da passiert irgendwas. Das ist viel zu offensichtlich cool. Das sind Rohre. Vielleicht muss ich an den Rohren arbeiten. Ne ist Quatsch. Das ist Ende des Spiels. Ok. Ich traue den Weg hier nicht. Also langsam wird das schon ein bisschen creepy. Ja das ist echt. Je länger man sowas spielt. Ja. Sollen wir hier mal einfach auf den Knopf drücken. Drück einfach auf den Knopf. Geht nicht. Drück du mal. Geht nicht. Oh hörst du das. Dieses Rauschen von irgendwelchen Rohren. Oh nein. Das mag ich hier nicht. Das ist uncool. Vor allem. Jetzt kommt bestimmt gleich irgendwas was uns dann verfolgt. Und so ein bisschen an den Eiern knabbert. Fuck man. Ich rechne überall im Jumpscare's. Und jetzt habe ich es doch so laut. Nein. Wenn mir was genau riecht springt schreie ich. Ja bestimmt. Achtung. Da da. Oh. Ist aufgegangen aber das Spiel ist schon wieder total buggy. Dreckspieler. Achtung. Oh Gott. Was ist zu helle? Dose plus Wasserhahn plus Dose gleich. Das stimmt nicht. Das glaube ich erst wenn ich tot bin. Ok hier. Willst du lesen? Ich lese. Achtung. Äh. Äh. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 1. Oh. Aber da ist doch eine Dose. Eine Dose ist schon mal gut. Kann ich aber nicht mitnehmen. Kannst du irgendwie kaputt schlagen damit. Warte ich guck mal. Ja. Hat geklappt. Wow. Oh nein. Nicht da hinten hinfallen. Mein kleines Stilchen. Hier ist was. Ne doch nicht. Ich weiß gar nicht. Bist du links? Ich bin hinter dir. Wir schaffen das. Hier ist bestimmt links in der Ecke. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und hier kommen wir ne? Ja von da kommen wir. Vielleicht ist jetzt irgendwas offener wahrscheinlich. Ich glaube diese Pages machen nichts auf. Die triggern was ne? Oh. Also die. Ah ja. Und da ist auch direkt die. Ja. Bist du noch was? Da ist eine Tasse. Müssen wir noch eine Tasse finden? Äh. Kann schon sein ne? Ne. Ah hier. Der ist ja jetzt stuck. Das ist schon mal richtig. Okay. Ich leg mal den Schraubenschlüssel weg. Den brauchen wir doch jetzt nicht direkt. Oder vielleicht kann ich damit die Sachen. Wahrscheinlich brauchst du das Ding schon. Denke ich mal. Okay. Ich hab's dabei. Weil jetzt kannst du ja nicht hinlegen. Und die anderen Sachen sind sofort stuck. Wenn du dahin machst. Kann ich noch was mit? Ne. Das war's schon oder wie? Das war aus Spiel vorbei. Lass mal zurückgehen. Was ist hier los? Ich glaube wir haben irgendwas zu übersehen. Wie vorhin schon ein paar Mal. Wie auch. Wie ja. Wie schon die ganze Zeit. Da liegt was. Ah hab was. Ne Rohr. Nice. Okay. Okay. Ich schaff eigentlich nicht wirklich alle Sachen hier. Dann ist ja. Wahrscheinlich brauchst du das Ding nur zum zusammenbauen als Werkzeug. Ah genau. Ja du bist ein Tier. Natürlich. Da denkt jemand mit krass. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch. Ding. Dann. Ich leg's hier mal dazu. Mhm. Müssen nicht verlieren. Genau. Weil ich. Liegt hier vielleicht irgendwas. Bevor wir. Ähm. Was ist das? Noch ne Dose ne? Oder fehlt uns das da links. Das Ding. Eins von beiden. Werden wir schon sehen. Ja so viele Sachen gibt's hier ja nicht. Ich guck mal im Raum davor. Na ich guck nochmal hier ganz genau. Ich find mir das steht irgendwie bei so ner Lampe oder so. Ja. Steht irgendwo ne Ecke oder so. Aber wir werden das schon finden. Okay. Gut. Dann habt ihr hier ein bisschen was verpasst. Aber wir haben das Ding gefunden. Nach ne halben Stunde oder so. Ja. Jetzt haben wir es da hin. Guck mal das macht Sinn. Mit dem Farbding. Ja. Das Farbding ist vorne. Mach du ruhig. Ich soll. Okay. Mach ich. Kein Problem. Willst du mitkommen oder willst du gar nicht? Ich geh nach Hause. Oh Gott. Okay. Okay. Soll ich vor oder? Oh mein Gott. Okay. 3 2 1. Mit Recht hinter dir. Keine Angst. Jobscare. Nein. Jetzt. Oh da hat ein Geist. Und jetzt ist er wieder weg. Da saß ein Geist auf der Bank. Mit das Licht aus. Hahaha. No homo. Aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätt voll Bock auf euch. Lass ne Pause machen. Ich hab du was. Oh fuck man. Es ist leider schon ein bisschen creepy hier. Das ist echt. Ich glaub wir müssen die. Oh. Mit aus so ner Taschenlampe ist es richtig krank. Mach mal aus. Komm. Manly Mode. Okay. Manly Mode. Activated. Okay. Da hinten ist ein Geist. Schnell wir ein bisschen retten. Ich glaub wir müssen kurz. Hey Geist. Wo bist du hin? Ich. Tür. Geil. Blut. Okay. Oh. Hinter uns. Schränke. Schränke. Oh. Schränke. Bestimmt nichts denn. Oh. Guck mal hier. Hier ist wieder ein Tändlichen zum Lesen. Oh. Okay. Es wird schlimmer und schlimmer. Ich kann nicht hören. Ich sehe die Menschen. Ja ich auch. Ja ich auch. Okay. Okay. Hier ist aber nichts zum Einsammeln. Aber hier ist keine. Irgendwas getriggert. Ja irgendwas hat's. Ich hör die. Die ist unschön. Okay. Hier das ist bestimmt irgendwas. Wo? Was? Siehst du was? Die Box macht Geräusche. Verpiss dich man. Warte ich guck mal. Oh das war jetzt. Der TeamSpeak Sound. Bei mir gerade eben. Verpiss dich man. Kam gerade die Leute von Weed Sounds. Die Leute von Weed Sounds drin haben. Egal. Ähm. Hä? Vielleicht da hinten. Waren wir in eine andere Richtung schon? Ja ja da ist irgendwas passiert. Man hört was gehört. Wenn nicht bleibst du kurz hier stehen und ich drück jetzt den Knopf da. Okay. Pass mal auf. Ich glaube hier passiert irgendwas. Achtung ich drück dich nach. Aber ich kann ja nicht mehr hoch springen. Okay dann hat's wahrscheinlich fast keinen Sinn. Aber ich drück trotzdem den Knopf mal für alle Fälle. Okay. Achtung und. Ist das passiert? Ne aber das soll ja auch alleine machbar sein glaube ich. Also kann das gar nicht sein. Naja stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Also die Schränke sind unbrauchbar. Komplett unbrauchbar. Hier drin ist aber auch vielleicht die Bilder. Ne. Die Bilder. Ja. Also das Spiel hat schon gute Puzzles. Also. Auf jeden Fall. Echt hart. Also. Bis wir das gerade eben in dieser Dose herausbekommen haben. Leute das war Zufall. Zufall. Aha. Hat zu lang gedauert. Ja. Hier geht echt nix auf. Ein Stuhl. Gut. Kann man den Stuhl benutzen? Nice. Irgendwas drunter? Ne. Aber man hört was ne. So klack klack. Ne Zeit. Ich kaff das nicht. Hm. Nicht gedrückt halt. Hä? Kann man da echt nicht mehr hoch? Tatsächlich. Ne da kann ich nicht mehr springen. Sollte schon absichtlich sein. Damit du nicht die ganze Zeit zurück kannst. Ja ja. Genau das ist das ist gut. Weil dann wissen wir jetzt auch genau das ist ne. Wir sind jetzt nur in diesem Areal. Dass wir hier richtig sind. Oh hier ist was. Was was was? Fuck ey. Oh Gott. Puh. Das war not bad. Das war echt eben. Hier ist ein fucking Steinschlüssel. Jawoll. Aber wie. Wir sind nicht schlecht im Puzzles. Wir sind echt. Also wie. Das geht schon. Das geht schon. Sagst du auch immer so rum. Wenn die Sachen in der Hand ist und dann läuft. Vor dich. Ja ja man. Man rennt immer dagegen. Okay. Viel Spaß hier ne. Ach das ist gar nicht hier. Für die Box ne. Für die Box. Okay. Ich geb dir Backup. Von woanders. Du machst das. Okay. Was ist. Schlüssel für die andere Tür. Okay. Viel Spaß. Ich werde ich haben. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Genere Angst. Oh. Ich habe gegen die Tür gelaufen. Wow. Krass. Okay. Das ist falsch. Okay. Vielleicht das Ding hier. Die Schränke vielleicht. Ja oder das. Weißt du mir. Die Schränke bestimmt. Die Schränke. Nein. Nein. Fuck ey. Wie das aussehen muss so ein Behinderter der mit dem Schlüssel angeht. Nein. 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 Es geht irgendwie. Sicher ist die Tür nicht auf. Ich. Also vielleicht war ich auch behindert. Oh. Und wie du dich rein wagen umgedreht hast. Dein Kerl hat genauso geguckt. Ach komm schon. Wer lernt's. Scheiße. Okay. Aber du hast bei mir gesehen. Ich habe vorhin die Tür damit gestreichelt. Ist da nichts passiert. Ja. Ich muss aber tiefer reinlaufen. Tiefer drücken. Oh was ist hier drin. Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Ich sehe es doch. Ne. Ich suche jetzt einfach alles. Ich traue im Spiel nicht mehr. Oh fuck. Laundry area. Ja. Was hat der hier genau. Radio. Radio. Aber hier sind jetzt so viele Gebiete. Da hinten ist was. Deine Ecke. Ich sag's dir. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Schütz mich. Ich bin. Ich hab was gefunden. Radio. Eine Batterie. Eine Batterie. Oh. Die werden wir brauchen. Okay. Ich war mir grad todsicher, dass hier in der Ecke was sein wird. Guck dir das mal an. Da würde ich was verstecken. Das ist zu mies. Oh. Da würde ich einen Jumpscare verstecken auf jeden Fall. Hey. Ich hab was gemacht. Ah. Aua. Okay. Das Gebiet ist groß. Guck mal. Ich leg die Batterie mal hier hin. Wir sammeln die Sachen einfach hier. Die Ecke. Okay. Ist da irgendwas drin? Das war nämlich in so einem Wagen drin gelegen. Total fies. Doch. Mieses Spiel. Waren wir hier eben schon? Ich bin grad echt ein bisschen durcheinander. Also ich... Hey. Hey. Guck mal hier. Du musst da drauflegen wieder. Oh. Okay. Ich hol sie. Ich hol sie. Glaubst du da kommt jetzt noch was? Wenn wir durch die Tür durchgehen? Uh. Ich weiß nicht. Hier ist ein Raum. Hier müssen wir gleich hin. Hier wird ein Jumpscare sein. Zumich sicher. Okay. Moment. Ich leg das schon mal hier drauf. Oh. Oh Gott. Hast du mich grad reingedrückt? Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste es nicht mehr. Alter. Puh. Ja. Da. Fix me. Achso. Flasche. 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 Nein. Lächerlich. Okay. Fix me. Okay. Also hier ist der Raum mit den Sachen. Gut. Was brauchen wir da für alles? Schraubenschlüssel? Batterie haben die. Jetzt brauchen wir eine Farbdose. Warum brauchen wir immer Farbdosen für alles? Schraubenschlüssel und Farbdose. Der Entwickler hat irgendwas mit den Farbdosen. Ich geh nochmal ganz. Guck mal lass nochmal. Farbophil. Ja das ist ein ganz komischer. Guck mal hier hinten waren wir noch gar nicht. Ne. Wir sind ja von hier gekommen. Das Gebiet ist richtig groß. Ja das ist unangenehm wenn es so groß ist. Okay. Da ist eine rote Tür. Da gehen wir erstmal nicht hin. Oh ja. Das ist 100 pro was schönes da. Das ist Blut. Ja. Hey. Komm. Hier ist irgendwo ein Jumpscare. Ich erwarte es. Okay. Okay. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Hier. Ich hab was. Ja. Okay. Ich komm lieber mit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Aber vor allem der Scheiße. Durchfall. Durchfall mit. Ja. Durchfall mit Schraubenschlüssel. Neuer Film. Mit viel Steinen drin. Steine. Sind wir richtig? Ja ja hier. Hier ist der Raum. Ja 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 ja. Boah ich muss das Ding echt hinter mir herziehen. Ja das ist eklig. Wenn man die ganze Zeit dagegen rammelt. So jetzt noch die Farbdose. Die wahrscheinlich in dem roten Raum drin sein wird. Also hier waren wir auch noch nicht. Da in diesem Kummer. Dieser gerade. Dieser lange Weg. Okay. Okay. Ja. Da ist der Raum. Da ist das Ding. Da ist Gas. Ich trau dem nicht. Das ist vor allem wie das da angelehnt ist. Kann. Kann ich nehmen. Kann ich nehmen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay. Farbdose ist schon wieder nicht auffindbar. Nicht um die Farbdose. Oh nein. Hier waren wir eben. Ja da war ja der. Hä? Hier waren wir doch nicht. Doch. Da sind wir gekommen. Ich springe die ganze Zeit um in diese Dinge rein zu gucken. Hier ist doch irgendwo die Farbdose drin. Muss irgendwo sein. Die verstecken bestimmt in so einen beschissenen Teil. Ah vielleicht in so einer. Hier in so einer. In so einer. Sind die offen? Ja die sind offen. In so einer Waschmaschine. Oder hier. Hier bestimmt. Ne. Aber wird gewaschen. Aber hier ist doch die Batterie gefunden. Die wird nicht direkt daneben sein. Ja genau da war die Batterie. Stimmt. Hm. Kopf rein Haare waschen erstmal. Hier vielleicht? Dann doch hier. Da links. Da war doch gar nichts. Hier. Hier ist wohl das Radio. Achso stimmt. Aber dann ist doch hier hinter den Kisten. Da ist doch irgendwas. Wir waren irgendwo bestimmt noch gar nicht. Krass. Okay also. Hier. Hier waren wir. Da waren wir. Hier. Vielleicht hier irgendwo hinten. Denk dann immer schön in die Dinger gucken. Hm. Ah. Hier. Ach guck mal. Guck mal da. Das war jetzt ja eher einfach als. Ich darf mal rückwärts. Ich guck. Okay ein bisschen nach links. Also von dir. Na ja. Hier? Ja ein bisschen. Ja ja meine. Sehr gut. Vorsicht hinter dir. Jetzt kommt bestimmt kein Jumpscare. Ja okay. Was ist das überhaupt? Irgendwas für den. Vielleicht eine Sicherung. Für den Radio. Ist der hier drüben? Wo war der? Ja hier. Die Sicherung fürs Radio. Was klein ist. Das ist das Teil. Krass krass krass. Ja. Hallo. Oh. 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 Ja wahrscheinlich bei dem Radio. Oh. 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 Oh yes. I can see you on the CCTV camera. Was. Let me open these doors for you. Oh. Ich weiß wo. Oh. 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 Das war hier vorne. Where do I get the fuel? The gas can should be behind the door. The gas can? Das ist vor der Tür. Was. Scheiße. Ich hab gar nicht mehr so richtig zu. Fuck. Wenn wir das Ding öffnen. Ein bisschen wegrennen. Weil irgendwelche Sachen kommen. Oh. Ich glaub's vom Finale kommt. Willst du's aufheben? Äh. Da muss ich natürlich nicht laufen. Aber okay. Achtung. Okay. Run to the car. Oh mein Gott. Scheiße. Wo lang. Wo lang. Hier. Hier. Ich hab. Ich hab. Das ist in mich integriert. Dieses Teil. Ach. Deswegen hat man so viel live. Ich seh schon. Oh. Ich häng. Okay. Aber die ist. Da kann man uns aufladen an die Dingern. Oh. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Warum? Oh Patt. Ich hab nur noch 160 live. Ich hab noch... Ich bin stuck. Renne ohne mich. Ich schaff's. Komm schon. Jimmy. Komm. Komm. Ich komm. Okay. Okay. Oh Gott. Ganz viele. Aber hier ist mehr Platz. Okay. 19. babби. Ah. 17. Die Musik. Renn. Jimmy! Aua! Oh fuck, ich geh ein bisschen nach links. Komm schon! Jaaa! Hocken wir jetzt drin? Ja, wir hocken drin. Oh Gott, wir sind so gut! Ich seh dich, ich hock in dir drin. You have escaped. Wir haben nicht mal irgendwas nachgeguckt. Oh, die muss rauscutten. Ich glaub, die muss raus. Fett, fett, fett. Geiler Scheiß. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen, ohne irgendwas nachzugucken. Genau. Dirty anal. Pong Linus. Richtig geil. Also, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du auch dabei warst. Es hat hart Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Es war richtig fett. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bye bye! Ciao, ciao!